Da ist immer noch einer. Schön. Und hier haben wir einen komischen schlafenden, vielleicht auch toten Minotaurus. Der Toton Minotaurus hat die Augen verdreht und getrockneten Schaum vor dem Mund. Etwas scheint eben nicht bekommen zu sein. Hm. Dann pulen wir doch mal zwischen seiner Kauleiste rum und finden einen roten Waldling. Und los! Für den Orden! Gut, merken wir uns, wir sollten nicht auf dem herumkauen. Schnell! Sofort! Und los! Diese Strecke mit ähm dem Minotaurin Spinnen und so weiter die kriegt auch unser Avatar wunderbar alleine hin. Sie sind überall! Bereit! Das Hellenmonument habe ich ja erst um einiges später entdeckt. Und dass man vom Süden her da rankommt. Das Gedanke war, dass man irgendwo hier oben, da gibt es dann auch noch wieder einen Eingang zu dieser Bergpassage. Aber hier führt ja auch noch ein kleiner Weg lang. Folgt mir! Den man schon mal übersehen kann. Sofort! Schnell! Auf mein Kommando! Für den Orden! Die Ruhe ausgeführt! Auf meinen Befehl! Für Ehre Aonius! Wir werden angegriffen! Folgt mir! Für die Freiheit! Mir nach! Für den Orden! Die Ruhe bezieht dich! Ey, die hat doch selbst Mordgedanken! Feindlicher Angriff! Auf mein Zeichen! Mir nach! So, den anderen Spinnentrupp, den machen wir gleich. Wir kommen hier nämlich gleich sofort wieder zurück. Vorwärts! Wir wollen jetzt erstmal mit diesem Diener der Tiefe sprechen. Und natürlich den Seelenfels aktivieren. Sofort! Mir nach! Und los! Folgt mir! Hallöchen! Es ist lange her, dass ein Abgesandter der Völker uns aufgesucht hat. Ihr seid keine einfachen Elementargeister. Wir sind die Diener der Tiefe. Die Schmiede Nidharps. Vor langer Zeit dienten wir den Zwergen dieses Landes. Für sie formten wir die mächtigen Klingen der Erde. Aber ein Streit brach unseren Bund und brachte einen Fluch über das Land. Ja, von den Erdenklinken haben wir ja schon gehört in Windholm. Erdenklinge äh, wer hätte ihr denn so freundlich wollen, für mich eine Erdenklinge formen? Das wäre doch gar nicht schlecht. Noch eine bessere Waffe vielleicht. Könnt ihr eine Erdenklinge für mich formen? Wenn ihr den Preis dafür bezahlt. Unter dem Befehl des Zirkels brachen die Zwerge unseren Bund und Schriften an Stellen, die ihnen verboten waren. Sie beschworen den Zorn der Felsen herauf und wurden vernichtet. Bevor wir den Völkern wieder dienen können, muss dieser alte Fluch bezwungen werden. Ihr müsst euch dem Zorn der Felsen stellen. Darüber hinaus erfordert die Fertigung der Klinge viele seltene Metalle. Es wären wohl 300 Brocken eures Eisen Vorrats dafür notwendig. Ja, wir haben eigentlich noch gar keine 300. Denn wir haben ja noch nichts abgebaut. Und das würden wir sowieso auf keinen Fall machen. Das kommt mit als ganz letztes. mir nach. Das ist unter anderem der Grund, warum wir hier auch noch eine Basis aufbauen werden. Aber die wird auch noch schön ausgebaut. Denn wir brauchen schon eine respektable Anzahl an Einheiten. Um halt den Zorn der Steine bewegen zu können. Sofort! Zur Ehre Aonius! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Aber erstmal kümmern wir uns wieder um das Skriptzeug hier. Feindlicher Angriff! Schließ die Reihen! Auf meinen Befehl! Feindlicher Angriff! Für die Freiheit! Sie sind überall! Auf mein Kommando! Und los! So! Mir nach! Auf meinen Befehl! Ein nahe verwandter Hans! Kein Wunder dass sie dem nicht zutun. Und bereit Sie sind überall Ja zum Angriff Sie sind auf mein Kommando Kämpft Männer Moment genau einer fehlt doch Nicht da hinten bleiben Hier komm Mithelfen So kannst du schon mal in die Truhe schauen Hier haben wir gebors einen Zwergenhelm gelber Speiling und Adamantium Splitter Auf mein Zeichen Kämpft Männer Hier Für die Freiheit Auf meinen Befehl Für Ehre Aonis Auf mein Kommando Für Freiheit Genau Für die Freiheit setzen wir das Haus in Brand Hier Naja Wenn andere Leute im Namen einer fiktiven Person eines höheren Wesens Dutzende erschlagen können dann können wir auch für die Freiheit alles Leben hier drin auslöschen Auf mein Zeichen Für die Freiheit schließt die Reihen Eigentlich ein bisschen stärkerer Aber jetzt doch schon tot Elfen Spreizling und weißer Röhrling Irgendjemand muss sehr viel Spaß dabei gehabt haben die Namen der Pilze zu sich aus denken Hanisch weißer Röhrling und Adamant Himspitter Ich frage mich was wir mit den geborsenen Zwergen Rüstungsteilen noch anfangen können Ja ich weiß nicht das habe ich bisher noch nicht in Erfahrung gebracht Aufwärts Folgt mir Und los Nein ich habe hier hinten zwei Spinnen vergessen Naja vielleicht denke ich noch dran Wir müssen ja sowieso zur Erde elementar nochmal zurück Und los Mir nach Aber so viel Erfahrung sollten sie einen auch nicht mehr bringen Wie man sieht diese ganzen Tier Menschen Miene Tauchen und so weiter getötet und es ist jetzt gerade mal so ein Achtel unser Erfahrungsleiste voll Aber das hält uns nicht auf Wir sehen zu dass das nächste Lager hier drauf geht das nächste Spinnen Unser Avatar scheint ja dumm wie Stroh zu sein wenn man manche Dialoge sich mit anhört Aber Zumindest ein guter Kammerjäger Das sind wir 226 Aua Feindlicher Angriff Schnell Und der schwarze Bär will nicht mit uns kämpfen Schließt Schließt Reihen Sie sind überall Runenkrieger zu mir Feindlicher Angriff Hier Auf mein Zeichen Sofort Mir nach So Wunderbar Auch eine Riesenspinne da hinten Verstärkt die Deckung Auf mein Zeichen Sofort Mir nach So Und dann ist das erste Lager hier mal frei Vorwärts Folgt mir Sofort Schnell Sofort Folgt mir Vorwärts Folgt mir Diese Karte ist recht zweigeteilt durch die durch diese Felsklippe die hier lang geht mit einem Zwischengang der hier etwa lang führt Mir nach Er hier oben So wieder Einmal rum Kämpft Männer So Fort Mir nach So Kein Käfer wird vergessen Na und da kommt eine kleine Waldspinnung von hinten Und wie wir sehen unser Schütze hält auch im Nahkampf durch Für den Orden Fließ die Reihen Vorwärts Folgt mir So Dann will ich mal sagen wir gehen hier Für den Orden Kurz dieses Lager aufräumen Auf diese Anhöre hier Und danach das hier im Norden Hier schnell Für die Freiheit Zur Ehre Aonius Vorwärts Zur Ehre Aonius Für die Freiheit Schließ die rein Folgt mir Kämpft Männer So Hier sind zwei Riesenspinnen Naja müssen sie ja auch ihre Umgebung anpassen Schließ die Reihen Auf meinen Befehl Haltet durch Männer Ja Chef Könnte mal mithelfen Wenn er ein paar Helden dabei hat wird er schon eine stinkfaule Sau und verteidigt sich nur noch wenn er muss Dabei kann er doch so gut zuschlagen Oh Kiste Giftstacheling Ihr Ring der Magier und Silberbogen Sieht halbwegs ordentlich aus Ja dieser erste Hälfte hier der Karte ist recht unspektakulär Kleinen Schiss aber hier oben Wartet gleich mal so die erste Besonderheit Sofort Auf mein Kommando Auf mein Zeichen Für die Freiheit Sofort Zack Ein Schlag vom Chef und die Spinne ist tot Zum Angriff Zum Angriff Schließt die rein Auf mein Kommando Und los zur Ehre Aonius So weiter Ja Zum Angriff Schließt die Reihen Bereit Folgt mir Zur Ehre Aonius Ich bin auch wirklich nur zum erfahren Sammler Lassen nicht mal etwas fallen Was haben wir hier Diese verschlossene Truhe hat keinerlei Schlüsselloch Nur eine sternförmige Einlassung befindet sich an der vorderseite Hmm Folgt mir Diese ganz verschlossenen Truhen hier Sofort Mir nach Aber da wird sich bestimmt noch einen Weg finden lassen, die aufzuschließen Vorwärts Folgt mir Schnell So Und hier haben wir ein Felsgolem Für die Freiheit Das sind die ersten respektablen Gegner Bereit In die Reihe Die können schon ein wenig Schaden machen Wir werden angegriffen Schlag sie zurück Schlag sie zurück Schlag sie zurück Schlag sie zurück Welche davon aber gemeiner sind sind die Steinwächter Folgt mir Folgt mir Folgt mir Kämpft Männer Denn das sind Fernkämpfer Oh Drei auf einmal Vier auf einmal Ich hoffe wir kriegen das trotzdem noch hin Auf dem Weg Ok Das war ja schon richtig knapp Runenkrieger Zu mir Ja So Runenkrieger Zu mir So Aber auch die Und los Halten unserem Angriff nicht stand Kämpft Männer So So Lange Nicht unsere Zauberer so blöd sind Und Direkt vor So